Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 60 Sekunden heute aus dem BVK-Büro. Ich habe gerade dem Venture Capital Magazin ein Interview gegeben zum Thema Corporate Venture Capital und mir die aktuellen Zahlen nochmal zusammenstellen lassen. Und das ist ganz interessant. Wir sehen da am Markt eine tolle Entwicklung. Die Zahlen haben sich fast verdoppelt und besonders im Bereich Industrie und Medien haben wir sozusagen zunehmend Unternehmen, Startups, die eben von den Konzernen über Corporate Venture Capital Gesellschaften gekauft werden. Das ist für die Unternehmen ganz, ganz wichtig, weil so holen sie sich die Innovation in die Konzerne, in die Unternehmen. Wer das nicht macht, ist, glaube ich, schnell abgehängt vom Markt. Und für die Startups ist es auch gut. Die gründen sich und oft fällt dann manchmal den Unternehmern wie Schuppen von den Augen, was wichtig ist am Markt. Und insofern sind wir sehr, sehr glücklich über diese Entwicklung. Und das ganze Interview können Sie im Venture Capital Magazin in den kommenden Wochen sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.